Ok, wir fassen die Schahäder, ihr wisst, was das bedeutet? Ok, wir machen das jetzt und ihr macht auch alle Schahäder. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Schahäder mit. Ok, ich sage vor. Und übrigens, die meisten von denen sind Frauen. Ok, ich mach auch. Ich sage vor, ich sage das, ich mache das mit, ok? Ich sage das, ich sage das, dass es nicht nur Allah, sondern nur Allah. Und jetzt noch mal, dass man das auch in Wiesbaden hört. Dank Bühr! Brüder, ich will in 5 Minuten noch etwas sagen.